Hallo Leute, Willkommen zurück zu der SPF Oasis. Im letzten Part haben wir es endlich mal geschafft, Amschel für unsere Oase zu gewinnen. Oh, das hat es aber auch ewig gedauert, bis wir die endlich mal hatten. Die Musik hat sich wieder ein bisschen verändert, glaube ich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall haben wir es endlich mal geschafft, sie für unsere Oase zu gewinnen. Und ja, wir wollen heute gleich mal weitermachen und ein paar Bitten erfüllen, denn wir haben noch einiges zu tun. Zudem konnten wir unsere Oase noch vergrößern und haben somit einen neuen Baum pflanzen können. Die Obstbäume sind gewachsen, schau doch mal in den Garten, geil. Da können wir einen dritten Obstbaum haben, voll geil. So, können wir hier erstmal die ganze Ware wieder zuteilen. Sehr gut. Oh, mir gehen die Kakteenblätter aus, das ist nicht gut. Frische Rinder habe ich ja nicht. Rosenholz geht mir aus. Nicht gut. Aber sonst... Ja, Kornfruchtfleisch, das wusste ich. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas wieder auf Expedition schicken kann. Dass die mir gleich mal genügend Zeug holen. So. Sehr gut. Die sind alle noch auf Expedition. Schade. Gut, ich will aber mal kurz schauen. Wer will mir gerade einen Stempel geben? Ich brauche nur noch einen Stempel. Komm schon, irgendeiner wird mir doch wohl einen Stempel geben. Da. Äh, Webdecken. Die sind wo? Schauen wir mal, wo haben wir Webdecken? Dann können wir nämlich zu Beginn des Parts gleich mal einen, ähm, Bazaar starten. Da sind doch schon Webdecken. Gleich mal einen Bazaar starten. Geile Scheiße. Sagt man. Ah, ich brauche zwei. Scheiße. Ich brauche noch zwei Stempel. Äh. Will mir noch jemand einen Stempel geben? So, wer will mir noch einen Stempel geben? Keine mehr. Okay. Ist halt so. So, heute ist eine sehr, sehr wichtige Expedition sogar dran. Ähm, weil wir damit drei neue Leute für unsere Oase rekrutieren könnten. Schon wieder darunter? Okay. Hab ich beim Besten, wenn ich da ging. Irgendwie muss ich die ganze Zeit nur noch darunter. Das ist ja geil. Da kann ich nämlich wieder ein bisschen Kornfruchtfleisch bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Wieder ein bisschen Kornfruchtfleisch für mich. Und ein paar neue Leute für die Oase. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin jetzt gerade mit relativ schwachen Leuten unterwegs. Fällt mir gerade auf. Aber das ist ja nicht so schlimm. Die sind ja alle auf der Expedition. Meine ganzen Starken. Und das ist auch okay so. Weil die holen mir halt dann wichtiges Zeug, das ich brauche. Okay, das dauert jetzt wieder ein ganz kleines bisschen, aber zum Glück nicht allzu lang. Sind wir bald da. So, zuerst. Der ist kein Kug. Melo. Hab ich schon gemeint, ich bekomme da wieder voll was Tolles. Paderwolle. 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 Das ist jetzt der, wo ich jetzt erst bin. Hm. Könnte ich doch abkürzen. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass der Bereich hier zur Kaara-Wüste gehört, weil dann könnte ich dadurch eventuell Kornfruchtfleisch bekommen. Hier ist leider nichts fertig, weil anscheinend ein neuer Tag erst beginnen müsste. Das ist jetzt schade. Ich muss da noch schauen, was die mir jetzt für den dritten Baum, was die da jetzt anpflanzen. Muss ich gleich mal schauen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal wollen wir hier weitermachen, damit wir ein paar neue Leute für unsere Oase wieder rekrutieren können. Das wäre natürlich ziemlich geil. Und tschüssikowski. Oh, da ist schon wieder ein Speicherpunkt. Sandsteintunnel. Okay. Ich habe einen Wiener dabei. Gehen wir mal da hoch. Schauen wir mal. Und du machst... Ah, du bringst hier hoch... Bringst da drüben das hoch. Ähm... Okay. Dann gehen wir da rüber. So, was haben wir hier? Ey. Ähm... Hä? Oh, Mina schreibt. Hallo, Mina. Mina hat mir schon lange nicht mehr geschrieben. Mina habe ich schon lange, lange, lange Zeit nicht mehr geschrieben. Ähm... Ähm... Hm. Weiß gerade nicht... Oh, da ist ja eine Chaosranke. Ungudi. Die müssen wir gleich mal wegklatschen hier. Ein Sandgecko. Wie das schon wieder klingt. Hör auf! Hier, Maximal! So. Äh, ja. Und down ist er. Yeah! Wunderbar! Sehr schön. Äh, hier muss ich einen späteren Zeitpunkt mal anscheinend zurück. Weil anscheinend brauche ich da auch jemanden mit einem Bogen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Okay, meine Herren, wie schaut es denn hier aus? Oh je. Das sieht ja mal mega verwirrend aus. Äh. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich glaube, hier müsste ich eigentlich noch gar nicht hin. Keine Ahnung. Aber ich bin hier jetzt einfach mal... Aber ich muss mich hier halt auch ein bisschen umschauen. Äh, mal kurz Ziele. Irgendwie scheint eine hinteren Bergpfad und Windpfad. Okay. Das ist keins von beiden, weil das hier ist einfach diese Wacktschlucht. So, da mal weiter. Komme ich da mal in eine von diesen Schluchten? Bergpfad, Teil? Windpfad! Und da haben wir ihn doch schon. Ey, du da! Halt! Halt ein! Gefahr! Bin gerade dabei, mit Hilfe dieser Chaosmonster meine Künste einer Belastbarkeitsprobe zu unterziehen. Ist keine Bühne für Amateurs. Bleib besser zurück. Okay. Was sagst du? Du bist Häuptling einer Oase? Ha, ha, ha! Ist ja eine entzückende Neuigkeit. Oh, es sind wie natürliche Manischen. Wie geschaffen dafür, Freude und Glück unter das Volk zu bringen. Es wäre mir eine Ehre, den Leuten dort ein Lächel aufs Gesicht zaubern zu können. Du bist willkommen. So, es wäre schön, wenn du uns da mal irgendwie helfen könntest. Aber ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Hast du anscheinend keinen Bock drauf, ich merke schon. Schön, einfach mal heilen. Erstmal hier, Kaioken. So. Ja, kannst du mal aufhören, dich die ganze Zeit zu heilen? So, jetzt klatscht das mal um, das Viech. Achso. Jetzt verstehe ich es. Der halt sich mit den... mit den Sandtügel. Da muss ich die einfach immer dann entfernen. Erstmal wieder Angriffs Plus. So, yeah. Okay, endlich ist der down. Was ist ein neuer? So, mach mal den auch noch kaputt. So, mach es den kaputt, kommt's. Aber er ist down. Aber er ist immerhin down. Na, komm schon. Steh wieder auf, ich brauch dich doch. Wunderbar, so. Also, den ersten hätten wir. Der Serka plant nen Besuch. Ah, ich muss ja komplett aufladen. Das ist schon mal gut, der Serka plant nen Besuch. Das hilft. So. Und hier kann man sich gleich wieder heilen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich schätze mal, hier brauche ich definitiv ein paar. Okay, ich muss hier erstmal... Was brauche ich denn hier? Rollen. Und das ist Pflanzball, oder? Ja. Okay. Holen wir uns. Einmal Pflanzball und einmal... Äh... Roll, 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 roll. Keep rolling. Ich weiß nicht mal, wie's heißt. So, wunderbar. Level up für Nubit. So, passt auch wieder. Perfekt. Aber ich kann gleich mal... nachschauen, wie's denn jetzt... Ah, Gartenpflege ist auch fertig. So. Äh, zack. Okay. Okay. Okay, da pflanzen die nichts interessantes an. So. Und das sind Sachen, die ich definitiv brauche. Also, passt alles. Äh, Material zuteilen. Da kann man gleich hier wieder... So. Weil dann kann ich nämlich gleich mal schauen, wie's denn... aussieht... dass ich wieder einen weiteren... sag schon... Stempel bekomme. Weil dann können wir jetzt nämlich noch ein Nachhandwerksmesser abhalten zum Ende des Parts. Und das wäre, glaube ich, ideal. So, wer macht mit? Einer da. Äh, Trommeln. Sehr schön. Dann... zuerst mal schlafen. Wunderbar. Und schon können wir, äh... eine Handwerksmesser abhalten. Perfekt. Das ist doch mal perfekt. Und ich bekomme schon Besuch vom ersten Zerka. Und ein Händler ist auch dabei. Sehr schön. Sacha. Ah, dies muss ich sein. Die Oasen. Nun, dann will ich mal ein frischer Zwerg gehen. Staunen und lachen sollen die Leute. Gudi. So. So, dann schauen wir mal, wo die... wo der Trommelladen ist. Na, hallo. Dann können wir uns da nämlich noch einen Stempel holen und dann schon die Messe feiern. Oh, yeah. Das ist doch geil. Oh, du hast auch eine Info für mich. Okay. Schönen guten Morgen, ja. Auf dem Weg zur Warkflucht habe ich einen Sprössling mit einer Puppe in der Hand gesehen. Ah, ich wollte mit ihr reden, aber sie hat sich erschrocken und ist weggelaufen. Ich rede auch nicht gerne mit Fremden, aber das war doch etwas übertrieben. Auf dem Weg zur Warkflucht. Äh, äh, äh. Also nur auf dem Weg da hin, okay? Kein Problem, kriegen wir hin. So, muss ich erstmal in den Garten gehen und schauen, in einem neuen Baum, dass man den dann erst benutzen kann? Ich weiß, es ist nämlich gerade gar nicht. Ich glaube aber, so war es. Ja, genau so war es. Man muss erstmal schauen, dass es einen neuen Baum gibt, damit dieser neue Baum überhaupt benutzt werden kann. So. Okay, dann brauche ich den Trommelladen. So, und das? Ne, das ist ein Knödel. Das sind Trommeln. So. Yeah. Und die Handwerkkarte ist voll. Das ist doch geil. So, kurz zum Brunnenplatz, um Saka noch zu rekrutieren. Und um unser Expeditionsteam gleich wieder loszuschicken. So, wunderbar. Hier gleich wieder Level-Ups. Perfekt. Alter, die sind schon stärker als mein Hauptcharakter. Wunderbar. Und alle wieder ein Level-Up. So muss es sein. So muss es sein. Oh, Rosenholzstück. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So. Wieder ein paar MP dazu. Sehr schön. Wieder Rosenholzstück. Perfekt. Also. Äh, Kaara-Wüste. Weiß halt jetzt nicht, ob das da jetzt mit dazu zählt. Sehen wir ja dann. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Ähm. Bam, bam, bam. Rosenholzstück brauche ich. Ähm. Da brauche ich nichts. Da haben wir wieder Rosenholzstück. Zwillingskirchen aber, habe ich gesehen. Ja, die brauche ich nämlich auch. Dann. Wieder Rosenholzstück. Sehr schön. Was finden wir hier? Wieder Rosenholzstück. Frische Rinde. Genau da brauchen wir, müssen wir auf jeden Fall jemanden hinschicken. Okay. Und wieder was Neues aktiviert. Sehr schön. Yo, was geht ab? Ah, sein Gerüstiger Heimling. Wie du siehst, habe ich meinen Weg in deiner Oase gefunden. Hier werde ich endlich, endlich meiner Berufung nachgehen können. Gestatten? Zaka, der Schelm. Der Magier, der ein Lächeln auf das Gesicht der Scharen zaubert. So viele Leute, so viele Gesichter nicht zum Lachen bringen kann. Diese Oase ist ein wahres Paradies. Perfekt. Und bitte erlauben wir mich auch heute als einer deiner Gefolgsmänner deine Oase nicht zu lassen bei meiner Berufsherhaltschein. Von nun an soll Lachen und Jubeln die Straßen in diese Oase durchströmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und somit Zaka, herzlich willkommen bei den Wüstlingen. Perfekt. Oh, du willst mir gleich was erzählen? Wurde schon guten Morgen hier, ja, Legende Uredam haben einen sehr feinen Sinn für Mode. Bin mir sicher, dass sie in Scharen deine Oase besuchen können, wenn du einen Gewandungsbazar veranstaltest. Okay, dafür kriege ich die Karte wahrscheinlich im Dorf der Ured. Vermute ich jetzt einfach mal. So, ähm... kurz mal schauen. So, da ist sie nicht die Richtige für. Netzmelone, ja, perfekt. Und rein da mit dir. Netzmelonen kann ich nicht genug haben. brauche ich definitiv einige. So, kurz in den Garten. Da reiße ich jetzt nämlich einfach mal alles ab. So. Wunderbar. Rubinkranatapfel wieder einiges. Sehr schön. Perfekt. So, nehmen wir das auch alles mit. Netzmelonen, ja, wunderbar. Chameleonapfel, noch besser. Muttermelone, wunderbar. Zichelbananen, ach, es ist schön. Okay. Dann eigentlich nur noch, hey, ähm, in den Schrein. Dann veranstalten wir dann veranstalten wir jetzt erstmal einen Handwerksbazaar. Und los geht's! Handwerksbazaar eröffnet. Wunderbar, Rix. 243 Besucher. Oh ja, Bälle von Sajid, die ging am besten. Das ist ein Level 3 Laden, das ist sehr gut. Können ruhig mal alle ein bisschen einkaufen. 9.205 wunderbar, Rix. Oh yeah. Oh, wieder einiges bekommen. Was haben sie mir geschenkt? Eine Kupferblüte. Das war doch mal wieder ein voller Erfolg, würde ich jetzt mal meinen. Dann können wir nämlich jetzt noch mal wieder schlafen. Ist vielleicht schon wieder was vom Expeditionsteam zurück und dann ist einfach alles toll. Das gefällt mir, dass wir in letzter Zeit so viel schaffen. Aber ich sollte vielleicht mal zu den Urred gehen, damit ich im Dorf von dem bin, weil dann kann ich anscheinend so eine Gewandlungsbazaar-Karte kaufen. Oh, Expeditionsteam ist zurück. Und das wäre sehr, sehr praktisch, würde ich jetzt mal meinen. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Also gut Leute, das war dein Let's Play Evo Oasis für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.